Was für Menschen machen so etwas? Das Auto als Waffe nutzen, worauf lässt so etwas schließen? Man kann sicherlich etwas darüber sagen, warum Menschen so etwas tun, wenn man sich die Daten anderer Fälle anschaut. Über diesen konkreten Fall kann oder will ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen und kann es auch nicht, weil das einfach noch zu früh ist. Und gerade in diesen Lagen ändern sich auch die Informationen, die man für gesichert hält, permanent. Ich erinnere nur an den Terroranschlag in Wien, wo es hieß, sechs, vielleicht sogar sieben Täter sind unterwegs. Und später hat sich herausgestellt, es war doch ein Täter, aber durch die Schüsse kann man manchmal gar nicht klar sagen, wie die Lage eigentlich aussieht. Warum tun Menschen so etwas? Ich glaube, man kann über die Phänomene und ich würde zwischen Amok und Terrorismus keine strikte Linie mehr ziehen. Denn diese strikte Linie gibt es eigentlich nicht mehr oder sie ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wenn Sie sich die ganzen letzten Jahre oder die ganzen letzten Taten anschauen, die wir gesehen haben, dann muss man sagen, dass die Tatmittel, wir haben Terroranschläge gesehen, die mit Fahrzeugen verübt wurden und wir haben Amokfahrten gesehen, die mit LKWs oder mit Fahrzeugen verübt wurden. Man muss sagen, dass die Tatmittel, die Ähnlichkeit zwischen Amok und Terror ist immer größer. Auch die Profile der Täter werden immer ähnlicher. Und die klassische Abgrenzung, die man früher mal getroffen hat, Amok ist persönlich, Terror ist politisch, gilt nicht mehr. Ich will an Taten wie die von Hanau erinnern. Da mischen sich vollkommen klar rassistische Motive mit persönlichen Motiven. Deswegen sage ich, die Motivation, wenn es persönliche Gründe hat, dann sprechen wir von Amok und sagen, es war eine Amokfahrt. Und wenn jemand dabei Allahu Akbar ruft, dann sprechen wir von Terrorismus. Meine These ist, dass sowohl die Tatmittel als auch die Profile, als auch die Motive zunehmend ähnlicher sind, sodass man kaum noch eine klare Grenze zwischen den Taten ziehen kann. Was genau hier zugrunde liegt, das ist noch zu früh, das zu sagen. Aber wenn ich mir all die letzten Jahre und Taten anschaue, wie findet man die Ursache heraus? Die Ursache findet man heraus, indem man nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen den Taten schaut. Manche Täter haben sich auf gar keine Ideologie bezogen. Dann nennen wir es Amok. Manche haben sich auf eine rechte Ideologie bezogen. Dann nennen wir es Terrorismus von rechts. Und manche haben sich auf islamistische, radikale Ideologien bezogen. Dann nennen wir es islamistischen Terrorismus. Aber die Gemeinsamkeit ist, es sind Männer. Terrorismus und Amok sind männliche Phänomene. Das kann man ziemlich klar sagen. Ich mache es mir nicht an, die Frage zu beantworten, warum es immer Männer sind. Aber es ist erst mal ein Fakt, den man ziemlich klar beobachten kann. Was kann man noch sagen? Es sind meistens junge Männer. Hier soll der mutmaßliche Täter 51 sein. Zumindest war das die Zahl, die ich gehört habe. Es sind typischerweise eher jüngere Männer. Und was man ziemlich klar sagen kann, sind sie glücklich? Wenn man die Frage mal ganz offen stellt, ist die Antwort nein. Sie sind frustriert. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Meistens auf globaler Ebene. Sie sind generell mit ihrem Leben unzufrieden. Man sagt psychosozial isoliert. Also keine Partnerin oftmals. Kein stabiler Freundeskreis. Es fehlt dieser Halt. Und ich würde jede Wette eingehen, dass auch in diesem Fall man noch ein Ereignis findet, was zwei bis drei Wochen im Zeitraum vor der Tat liegt. Das kann eine Trennung sein. Das kann ein Jobverlust sein. Das kann eine andere Lebenskrise oder Kränkung sein, die manchmal noch ein Auslöser für diese Taten ist. Wie geht es jetzt in diesen Sekunden, in diesen Minuten weiter? Was ist jetzt ermittlungstaktisch entscheidend, um eben das Motiv dieses Täters herauszufinden? Was muss da alles beachtet werden? Ja, natürlich muss er erst mal vernommen werden und auch die Chance bekommen, sich zur Tat zu äußern. Gerade bei so emotionalen Taten ist es auch nicht selten, dass Täter das tun, dass sie den Drang haben, auch danach etwas dazu zu sagen. Es gibt ja bei Taten wie diesen keine ernste Absicht, damit davon kommen zu wollen. Das heißt, die Redebereitschaft ist oftmals da. Ja, und die Chance muss natürlich auch gegeben werden. Und da muss man aber auch den Ermittlungsbehörden ein bisschen Zeit geben. Denn gerade bei diesen sensiblen Fällen, wo auch alle drüber berichten und alle wollen jetzt die Antwort auf die Frage haben, was ist das Motiv? Aber da muss man ein bisschen Verständnis aufbringen, dass das natürlich auch ein bisschen Zeit kostet, das rauszukriegen. Aber das Allererste, was noch wichtiger ist, ist natürlich sicherzugehen, dass keine Gefahr mehr ausgeht. Dass es tatsächlich ein Einzeltäter ist und es keine weitergehende Gefahr gibt. Das scheint jetzt ziemlich sicher zu sein. Denn zumindest, wenn man sich die Aussagen der Polizei anhört, scheinen sie nicht davon auszugehen, dass es weitere Täter gibt. Aber auch im Falle von Amok bin ich kein Freund von diesem Begriff des entweder die Tat einer Gruppe oder des Einzeltäters. Denn Taten passieren nie im luftleeren Raum. Die Personen haben ja immer einen gewissen Umkreis, eine Familie, ein Umfeld, vielleicht Chatgruppen, in denen sie sich befinden. Das heißt, auch wenn die Motive höchstpersönlich sind, gibt es immer ein Umfeld, was dabei auch eine Rolle spielt. Und das gilt es natürlich auch zu analysieren, herauszukriegen, was möglicherweise die Ursache war. Und auch herauszukriegen, dass es nicht unwichtig ist, ob die Tat länger im Vorfeld geplant war oder ob es ganz impulsiv war. Das Tatmittelfahrzeug spricht eher dafür, dass es nicht von langer Hand geplant war. Und auch der Ort, jemand, der, wie man das oft bei terroristischen Taten sieht, wenn das Ziel darin besteht, möglichst viele Personen in einem kurzen Zeitraum mit in den Tod zu reißen, dann gibt es durchaus andere Tatmittel, beispielsweise Schusswaffen oder andere Orte, größere Menschenansammlungen, die bessere Ziele, besser aus Sicht der Täter vollkommen klar wehren. Das heißt, hier gibt es einige Hinweise darauf, dass es möglicherweise doch typisch für Amok-Taten etwas ist, was sehr impulsiv aus einer vielleicht Kränkung oder einer Krise herausgekommen ist. Und eine Sache, die jetzt weniger fachlich, sondern eher persönlich ist. Aber nach aller Erfahrung, was man über Kriminelle sagen kann, kann ich als Faustregel mal sagen, drei Krisen sind eine zu viel. Menschen können bis zu zwei Lebenskrisen ziemlich gut handeln. Das ist auch etwas, was mir einer meiner Ausbilder damals gesagt hat, ein sehr erfahrener Agent aus den USA, der sich auch viel mit Suiziden beschäftigt hat oder Personen, die an der Kante stehen. Und er sagt, wenn Sie zwei Lebenskrisen haben, gibt es eine gute Chance, dass Sie zurückkommen. Bei der dritten springen Sie. Drei Krisen sind eine zu viel. Wir alle kennen Rückschläge. Man verliert vielleicht im Leben die Partnerin, die Ehe. Man verliert vielleicht den Job. Oder man verliert vielleicht einen geliebten Menschen, hat einen Todesfall. Typischerweise haben wir aber insofern Glück, dass diese Lebenskrisen nicht gleichzeitig kommen. Sie kommen nacheinander. Wir leben jede, alles davon irgendwann mal. Aber wenn alles drei gleichzeitig kommt, dann kann es gefährlich werden. Und leider führt es auch manchmal dazu, dass Menschen dann einen unkontrollierten Wutausbruch bekommen und auf diese Art sich manchmal auch ins Scheinwerferlicht katapultieren. Und Corona ist, wenn Sie so wollen, eine Krise, die wir alle gemeinsam haben. Ich habe keine Ahnung, ob es direkt etwas damit zu tun hat. Aber ich würde behaupten, dass es mindestens einen Einfluss hat. Denn Corona ist eine so angespannte Situation. Bei vielen kochen die Emotionen über. Es ist eine Lebenskrise, die wir alle gerade gemeinsam haben. Und wenn dann noch zwei dazukommen, dann kann es manchmal zu solchen Taten führen. Aber in diesem konkreten Fall gilt es abzuwarten, was das Motiv ist. Aber im Allgemeinen, denke ich, kann man dies zu Amok-Faten oder Taten doch so sagen. Ja, Hoffmann, wir sind Journalisten. Ermittler fragen ganz anders. Nach so einer Tat, so kurz nach der Tat, heute wird es eine erste Vernehmung geben. Wie beginnt man so was? Wie fragt man dann den mutmaßlichen Täter, um auf seine Motivlage zu schließen, wenn er das nicht gleich von sich aus sofort erzählt? Ja, manchmal muss man, gerade wenn es um den Zeitraum direkt nach der Tat geht, dann gibt es gar keinen Vernehmungsraum. Es gibt sowieso kaum Vernehmungsräume in Deutschland. Das findet eher im Großraum statt oder nicht so, wie die meisten Leute sich das aus CSI Miami und den anderen Serien vorstellen. Gerade bei solchen Taten müssen sie meistens keine Frage stellen, sondern es passiert eher eine Spontanäußerung. Es ist nicht selten so, dass Personen schon auf der Fahrt ins Polizeipräsidium ihre Aussagen machen, die unter bestimmten Bedingungen auch später verwendet werden. In dem Fall erübrigt sich die Frage, die Wahrscheinlichkeit, dass Personen von sich aus sprechen oder eine Spontanäußerung machen, ist doch sehr, sehr groß. Der Fahrer hat sich bei der Festnahme, so hieß es seitens der Polizei, heftig gewehrt. Wie werten Sie das? Sie sagten ja eingangs, wenn man so eine Tat begeht, dann ist einem ja klar, dass man da nicht mehr rauskommen kann. Können Sie irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, dass sich der Fahrer in diesem Fall heftig gegen seine Festnahme gewehrt hat? Offensichtlich war das eine Tat, die im Rausch der Emotionen passiert ist. Zumindest deutet einiges darauf hin, weil es doch das Tatmittel der Ort, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das Werk wochenlanger Planung war oder doch etwas, was vielleicht, um es plastischer zu formulieren, ich bin mir nicht sicher, ob er heute beim Frühstück, beim Aufstehen schon wusste, was heute am Abend passieren wird. Manchmal ist es etwas, was innerhalb des, natürlich gibt es schon eine Frustrationslage, die da ist. Aber der wortwörtliche Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ist manchmal etwas, was an diesem Tag, manchmal Minuten vorher passiert. Es gibt aber auch gleichzeitig oft tiefsitzende Kränkungen, die länger andauern. Der Psychiater Reinhard Halle hat mal über einen Amokläufer, mit dem er gesprochen hatte, gesagt, er hat als Ursache für die Amoktat damals angegeben, er wurde mal auf Klassenfahrt vor 10 oder 15 Jahren, wollte keiner mit ihm aufs Zimmer. Es wurde gewählt und er ist am Ende übrig geblieben. Das mag aus unserer Sicht fast lächerlich klingen, vor 15 Jahren wurde er mal auf irgendeiner Klassenfahrt nicht gewählt, aber es gibt manchmal, das sind Narben auf der Seele, es gibt manchmal...